Geil, jetzt haben wir den Parsi-Buff, haben alle verstärkt, kann ich hier speichern. Ja, weil ich hab keine Lust, die ganzen Art of Fakten nochmal neu einsetzen zu müssen. Accessoires meine ich, nicht Art of Fakten. So. Auf zur Mingo! Jetzt ist es schlimmer als im Zentrum. Hello, in welche Richtung müssen wir gehen? Norden. Gehen einfach weiter nach Norden. Hm. Was ist denn, Tuff-Alger? Er ist ohnmächtig geworden. Er hat sich viel zu sehr angestrengt. Wie auch immer. Wir müssen einfach nach Norden. Hui. Moment mal. Seht ihr auch diese riesige Puppe da? Oh so. Was ist mit dieser Puppe? Das bedeutet, dass Schroger wach ist. Die verwendet die Hobby-Teufelsfrucht. Ich hätte so Lust, ob muss das Ding nochmal essen. Nein, bitte, alles nur nicht das. Was essen? Was kann daran denn so schlimm sein? Gehe nach Norden. Besiege doch mit Amingo. So. Dann mal atmen uns. Oh Gott. Da hinten. Würfel mit Loss-Aufzeichnung. Sehr gut. Jump hier runter, du Pfeife. Dann wird gekämpft. So. Oh, plus Erfahrung. Schon wieder bei Tauro. Zoro-San. Hat der auch so'n Schlaf-Lead-Abwehr. Oh, 10k damage. Das werde ich sehen. Wenn ich den Anko... Oh shit. God damn! Ich fände das so geil, wenn die so... Alter, plus 14.000, wenn Broke noch in Zukunft mehr mit so... Also, also, wenn es in Angriffen so richtig Horror-Vibes verspulen würde. Ich bin so'n Schlaf-Lead-Abwehr. Ich bin so'n Schlaf-Lead-Abwehr. Er hat schon lange kein Upgrade mehr bekommen, Alter. Ich muss ein Update sagen. Du stehst mir den Weg. Ich hab' wieder bei Tauro, Alter. What the fuck? Lass mich so'n einfach ausschalten. Let's play for the crew. Ja. oder eine pfeifen mit der könig der piraten gehen wir aus dem weg ich muss so don kihote lo flamingo das sieht alles so verwirrend aus hier ne Weil ich das hier so auf der Map sehe Oh, to, to Danke, danke Ich will die Truhe öffnen Mama mia Oh, ich so Können wir natürlich den Partybonus gerne noch für größere Kämpfer aufbewahren Sonst wird gleich wieder weg und kein Boss kam Luffy und Chopper Kommt immer noch nicht darüber hinweg, dass wir den im Deutschen auf Ruby übersetzt haben, Alter Was ist denn das für eine Wer ist denn dafür verantwortlich? Der wird auch wieder Vor die Glotze gesetzt und muss sich nochmal neunte Folgen angucken Aber Immer und immer wieder So Lodgen Ne, ich kann jetzt nicht gehen den Egal Ich hatte das erst überlegt, aber Was ist denn das hier? Kann ich hier nicht runter? Äh Geh nicht The fuck Ach, hier muss ich hin Ich dachte, ich müsste mich da fallen lassen Verdammt, alle Brücken sind kaputt Hier gibt es wahrscheinlich genug Material, um die Brücken zu reparieren, aber diese komischen Typen kommen uns ständig in die Quere Verflucht Wenn ich doch nur stärker wäre Was meinst du Franky? Ist das machbar? Naja, die Brücke, die ich nicht reparieren kann, muss erst noch gebaut werden, aber die Materialien, die wir haben, reichen vielleicht nicht Ich schätze, wir müssen unterwegs solche Sachen einsammeln Alles schon getan Bauer in der Brücke bei voranschreiten Deswegen sammle ich mir alles ein wie so ein gestörten hier Guck mal, 76 Schrott habe ich und 12 Stahlbolzen Bau die Brücke, Franky, bau sie Super Let's go Kann ich nie von hier So, ran dann, die Erfahrung Zanderlans Tempo Zanderlans Tempo Ist das geil Zack Ding direkt besiegt, ey So, hier rüber Looten und leveln Da oben ist nur ne Aussicht Schrott, Schrott, Schrott Wut haben wir hier Oh, ich bin so verwirrt, ne 90% bin ich nur noch verwirrt hier Oh, hier hätte ich mich Hier hätte ich mich rüber schwingen können Beobacht die Truhe Aber Aber nicht gut Tschüss Oh, da ist noch ne Truhe Verdammt Da muss ich hin Ich komm da gar nicht mehr hoch, oder? Ne Nicht wirklich Mist Ähm Ähm Wo geht's hier weiter? Hier oder wann? Ne Alter, ich bin so verwirrt, ne? Ach, muss ich hier zurück? Kann das sein? Ah, ich glaub ich muss hier hin Und dann hier rum nochmal Pfefferend Sehr weird Ah, und da wird die Brücke weitergebaut Da wird eine andere gebaut werden müssen Wollen wir jetzt mal da hochkommen So, dann hier Aber diesmal nach rechts Hier ist die Truhe Die eine Die ich da gesehen hatte Und die Dinger hier Panikstein Stahlbolzen 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 sind Die wichtigsten Bolzen Und mir die liebsten Eins Ich, ich habe höhere Angst Aber dann dreht sich auf einmal der Boden Und ich bin hier gelandet Ich kann mich vor lauter Angst Gar nicht mehr bewegen Mein Körper ist wie versteinert Wo Norden ist In die Richtung, in die ich schaue Und? Wann mal ist hier irgendwer Insel getriggert gewesen Richtig random Ja, ja, bau die Brücke Wir brauchen alle Brücken Die wir kriegen können Das lässt sich alles wieder aufbauen Oder Becker Ich werde Mingo In seinen verkorksten Arsch treten Where the fuck I am Da scheint er weiter zu gehen Und hier scheint er eine Truhe zu geben Und einen Würfel Und eine Truhe Die ich nicht gesehen habe Ah, ja Und da ist auch noch so ein Ding Weil ich es nicht sehen kann Von hier aus Drehen, Kamera Drehen 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 Hier ist auch noch Sackgasse Mit Truhe Ja, mit Truhe Stahlbolzen Ich weiß gar nicht Wie viele ich brauchen werde Aber ich soll mal einfach alles ein Dass wir hier falsch sind Wusste ich Hier müsst ihr weitergehen Keine Sorge Ich bin nicht verletzt Der Rauch von dem Feuer Hat nur so in meinen Augen gebrannt Woher kommt ihr überhaupt? Ja, ist eine Klippe Aber die Brücke da vorne ist eingestürzt Hier sollte eigentlich niemand herkommen Der Rauch Brennt immer noch in meinen Augen Topper Du bist so Arzt Nein Nein Was ist los? Dann müssen wir zurück Mein Freund, du bist mir im Weg Schon wieder um, Zoro Ah ja, ich weiß Ich weiß, ich weiß Zoro-san Ich weiß, Zoro-san Ich weiß, Zoro-san Ich weiß, Zoro-san Ich weiß, Zoro-san Mach den mal weg, Zoro Santorio Santorio Ah, einer hat überlebt Verdammt Wann steht sich? Ich weiß, Zoro 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 Geil Nein Stofe 44 Ziet abgeschlossen Egal, ich krieg hier Belohnungen ohne Ende, ne? Ich hab grad eben auch schon 3, 4 Errungenschaften hier wieder bekommen. Trophäen, wie man das nennen möchte. Uah! Leck mich! Haha! Nase juckt gerade, Moment. Geht sofort weiter. So. Uito. Jaja, ich weiß. Die Brücke ist kaputt, blablabla. Sooober! Franky ist richtig am Fortnite, Alter. Ich fühle das, ne? Anu, da ist ja gar keine Brücke mehr. Ui, wach auf, Lor. Müssen wir in diese Höhle da? Äh. Ja. Ufi! Lass das! Lor ist wirklich verletzt! Durchquere den Steindurchgang. Was haben wir denn hier so? Gornix. Einfach nur, gornix. Ja, dafür danke ich dir, Spiel. Weichern. Damit ich nicht alle Brücken nochmal bauen muss. Null. So, um die Kiste zu öffnen. Ich so. Und rein geht's hier. Ja. Und zwar kann ich nicht. Rechts ist ne Truhe. Riesiges Jura-Vogel-Ei. Fünf. So, du. Sing. Ah, Erfahrung plus. Dann nehm ich den mit. Aber wir kämpfen da draußen, Null. Willett! Partybonus 6. Weg mit euch. Ihr seid mir weg. Ohohohohohoho. Es ist viel gerade geil, Digga. Es ist so geil, Digga. Mejji! Da geht's weiter. Aber wo geht das dann hier hin? Zur Truhe. Weg so. Keine Würfel. Ding, ding. Wo ich keine Würfel sage. Wir werden ja neue bekommen. Zweifel Luffy. Kann ich nur irgendwo reinpumpen. Ja, J2 Katoline. Zweifel Nami. Swingarm und Thunderbolt Tempo. Ah ne, guck mal. Wir tun den aber bei Thunderbolt Tempo rein. Zauro hat auch noch sieben. Extrem Tigerfalle. Ne, Moment. Hier. Hier. Oder schon mal ein Usoppel. What the fuck? Feuerstern ruhig. Franky-san. Boxing. Und Franky-Kanon. Einen hat er noch. Ja, wir hier. Sanji hat noch zwei. Grill-Chateau. Grill-Chateau. Robin hat noch zwei. Weiß Dom. Strongs. Chopper hat noch vier. Fugel der Palme. Und Kung-Fu-Pointo. Jupp. Aua. Finger angebrochen. Ich bin ja klar. Ich weiß nicht, dass ich so leichtes vidé in der Tat von der Tat feststellen möchte. Das stimmt. Was ist das? König ist nicht so merkwürdig. Ui, warum stehen denn hier Überreste von einem Haus? Seltsam. Wie ist das denn in dieser Höhle gelandet? Ein echtes Mysterium. Egal. Na los, gehen wir weiter. Topper? Time to shine, buddy. Danke. Einfach nur für so ein Yara-Vogel-Hai. Ich gehe so. Uushi ist ein Stier. Aber ist das nicht hier, wo er gegen Bellamy gekämpft hat? Er ist aber schon wieder, als ob ich dabei gewesen wäre. So, wir müssen noch fünf Party-Dinger haben, ne? Rengoku-Honigiri. 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 Äh, den Linken, bitte. Mach mal bitte einen Punch. Renguck. Let's go. Rengoku-Honigiri. Ich komme. Cypher-Pore, der Geheimdienst. Scheiße, ich dacht hier wär ja schon Mingo. Cavendish! Was ist denn hier passiert? Lass meine Freunde in Ruhe! Ah, er pennt. Oh. Hahaha. Oh, shit. Oh, shit. Hahahaha. Guck dir meine Richtung. Hahaha. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Weg mit den Lappen auf dem Feld. Cavendish, nur noch du bleibst. Äh, erhöht fünf Runden lang den Angriff aller Freunde. Niu-Waa! 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 Dann müsste Sabo ja auch einen Angriff erhöht haben, ne? Niu-Waa! 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 Niu-Wa! Niu-Waa! Niu-Waa! eindringen wenn ich ihn eindringen da wäre ich dir diese ich gewährte diese ihre jetzt gehe hakuba mit robin mit robin Na, das wird ja witzig. Steins sind gefühlt alle gestorben und Sauber hat den gekillt. Nami, dann musst du einmal tauschen. Kampfkorend dann, Nami mit Robin. Und Brücke. Oh, ich glaube Angst, dass er den killt. Ein bisschen mehr Damage muss ich machen. Ich glaube, ich darf ihn nicht verlieren. Ja, guck mal. Robin. Ochienta fru, kurado, mano, schocko. Oh, mein Gott, sind ja fast der an. Das ist ein Damage gemacht. Oh, mein Gott, ich muss das überbrücken hier. Ach, wenn wir das, weil ich muss irgendwie das überbrücken hier. Und mehr kritische Trefferrate, krass. Hier, mehr SP. Juhuhuhu. Bitte kenn ihn nicht. Ich wollte ihn noch mit, noch mit töten. Okay. Ja, johu. Und wir-. Wir sind jetzt gut. Wir sind die Leute, die Menschen, die sich am Schuss verbrarbeiten. Äh Wir sind in der letzten Woche Hallo Superstar Hahahaha 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 Kavendish ist der Gruppe beigetreten Loh ist zurückgekehrt Die werden alle an ihm vorbeigehen Ja Du hast ja nicht mehr alle im Schrank mein Freund Ich spüre hier Überall Gegner In welche Richtung müssen wir von hier aus gehen Geht diesmal nach Süden Beachtet die kleinen Fische gar nicht Und geht einfach nach Süden Erstmal beachte ich hier den Jäuterladen Weil da muss ich nämlich auf jeden Fall hin Moin Jäuter 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 Was hast du denn so Angriff plus 1700 sofort gekauft LP Autowiederherstellung plus 200 plus 70 SP Effizienz plus 50 Rebekkas Gewand Iodas Haarnadel Nehme ich auch Ein Million Berry, Alter Alles gekostet zusammen God fucking damn I'm broke as fuck now Alter Du sollst das Ding da kaputt schlagen Hau ab du Arsch Dreh dich um So jetzt hau ich die Hände hin Kavendish jetzt hier mit aufm Feld Und Lor auch Ja dahinten steht Kavendish Und Lor steht auch hier Aber dafür hab ich keine Zeit für euch Der macht ein Damage Hau ab Der macht ein Damage Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Ist das geil Lieb ich das So warte mal wir haben jetzt hier das Angeskiddel Ey Mano Ich bin zu blöd zum Aussehen so Hm Na haben wir mehr Damage Ihn können wir auch mehr Damage geben Sanji könnte auch mehr Damage kriegen dadurch Ja nicht genug Platz dafür Sie auch nicht Gehen wir auch sanji ruhig mehr Damage Kraft von Hakuba Aber 1000 Das könnte ich prinzipiell ihm geben Ja ausgerüstet Angriff 800 plus 450 Das ist das hier ne Tun wir das so hier hin Tun wir das so hier hin Dann Angriff Das unten rein Dann hätten wir noch einen Dreierplatz Prinzipiell Aber ich hab nichts mit Dreier gedöhnt Form 4 Nee hab ich wirklich nicht Nix kleineres Nee wird noch größer ne Ah hier ist klein Hm Ach Mano Ach Mano Oh Chopper könnte ich gebrauchen Chopper ist auch so absolut tanky ne So Den ganzen wegen hier bin ich jetzt ehrlich gesagt nur noch nur noch Verwirrt beim Tag der Herr Ich weiß nicht wo ich lang muss Ich weiß nicht wo ich lang muss Ich weiß nicht wo ich lang muss Ich weiß nicht wo ich ungefähr hin muss Na Süden Komm wir gehen erstmal dahin dass er aus wie eine Trap Sag ich mal in dem Sinne Ich will ja auch alles Loop mäßige mitnehmen Kuroko Beere Kuroko Erdbeere sogar Da unten triggert einfach einer Da unten triggert einfach einer Ah ja Oh mein Freund du bist mir im Weg Ich hab meine Chandler Kuroko Team 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 Pac Team 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 Let's gooo! Ah, nackig. War nicht so strong, wie er hofft. Aber ich werd mal Lobin auswechseln. Kann ich nicht. Äh. Ja, hier mal eben. Schnell weg mit euch. Ihr seid viel zu schwach für mich. Mezzy! Ah, Mezzy. Sorry. Mezzy. Erfahrung Plus. Ohhhh. So Topper weg sind wir schnell weg hier. Haha. Mit Ruhe. Diamantes Mikro. Oh. Mezzy! Ohhhh. Ah, der ist immer noch sauer auf mich. Okay, dann haben wir da schon mal gerootet, hoffentlich. Soweit. Hm. Hier oben waren wir auch. Was gibt's hier? Oh, nichts. Flusserfahrung. Ah, kriegst du direkt in den Rücken geklatscht. Junbi? Jaja, die Kuh hat erhütte Chance. Blablabla. Pipapo. I already know that. Die Kampfkruel ändern sie gegen... Franky? So, mein Freund Franky... Franky, gerade kein Beam, geht nicht. Franky Cannon. Mach mal. Sheesh, alter Artillerie schlägt zu. Oh. Oh, das werde ich gerne sehen. Trifft alle. Sheesh. Andere ist gebig gestreitert, okay. Okay. Die ist mir gerade erst gelandet. Oho, weg ist er. Ah, genau, greift Cavendish an. Äh, der greift an. Ich brauche ein bisschen SP mit Luffy Lando. 10k Damage. Einfach casual rausgauen. Crazy. Oh. Fuck, Sau. Ich hoffe, wir haben mal der ganze Zeit, dass er mal ein Feuer angebenutzt. So, Luffy. Geil. Und haben wir hier noch. Zoroja. Was haben wir denn da erreicht, Snow? Ototo. Eierwürfel. Ah ja. Und da. Noch was mit Chopper. Ich will ja, wie gesagt, wenn möglich, alles mit ihm. Klappt nicht mit allem und jedem. Aber ich werde es probieren. So. So. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin, aber das ist eine Truhe. Voll verwirrend hier. Keine Würfel. Okidoki. Bitte lass mich. Ist da noch was? Warte, du beschützt dich. Ein Weg. Noch mehr Wege. Da ist... Da ist das, wo ich hin muss. Oh. Nein. The fuck is that in irgendeinem Bunga? Franky. Franky. Sorry, aber ich kann es mir nicht erlauben, jetzt hier stehen zu bleiben. Weich dir, Dämon. Oh, der Affe hat durchgestanden. Affe OP. Er ist auch mächtig. Das ist nicht mein normalen Angriff wert, Franky. Klatschen kaputt einfach. 700 Damage. Danke, Franky. Easy. Ich würde hier gerne so... Animationen als, als äh... Er heißt ja, Mihawk und sowas haben. Das wäre doch auch geil, ey. Wenn du so... Ne random Truppe erstellen kannst, mit der du durch die Story läufst. So nach Story Abschluss. Nach Hauptstory Abschluss. Da bist du mit so Shanks entlang. Jinbei und... Keine Ahnung, vielleicht auch Boa. Oh. Das wäre doch geil. Einfach so random Charakter als Team. Was soll ich nur tun? Ich bin von diesem komischen Dingern umzingelt. Keine Sorge. Wir sind alle hier hinter uns her. Los, wir müssen durch dieses kaputte Tor. Bis zum Königspalast Bodo Flamingo ist es noch ein weiter Weg. Aber das dürfte uns näher heranbringen. Ein weiter Weg, sagt er. Oh nein. Noch weit.